Frieden, Freiheit, 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 Wasserwerfer. Wie man sieht, die sprühen irgendwo hin. Weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Das sieht schon so aus, es ist jetzt geregnet. So, ich bereite mich lieber darauf vor, dass hier etwas passieren könnte. Also am besten, man versteckt sich ganz bei den Polizisten, weil dort werden sie wohl nicht hinsprühen, oder? Friede, Freiheit, Demokratie! Friede, Freiheit, Freiheit! Friede, Freiheit! Friede, Freiheit, Freiheit, Freiheit! Wow, der hat gerade Peppergas ins Pepperspree eingelegt! Okay, sie setzen gezielt Pfeffergas ein. Schöpfe, 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 Schöpfe! Also das hier scheint etwas zu eskalieren. Ja, es ist ja eine regelrechte Dusche, wenn man schalten kann. Schöpfe, 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 Schöpfe! Leute, man hat aber dröhlich reise. Lass mich mal nicht benutzen, würde ich reisen. Zuhör das aber wieder, ich brauch das. Schöpfe, Schöpfe, Schöpfe! Leute, warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum lasst ihr sowas zu? Schöpfe, Schöpfe! Schöpfe, 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 Schöpfe! Ihr wollt gerade die Demokratie abgeben und stimmt das auch noch. Wie könnt ihr nachts ruhig schlafen? Erkan, hallo! Also ich sehe hier gerade Erkan. Leute, ich sehe gleich was ihr hier mal ansteigt. Ich habe ihm gerade meine Demokratie-Flage gezeigt. Was ihr da jetzt gezeigt? Ja, wie gut! Lass mich barriers! Lass mich Marco! Lass mich mal! Lass mich mal! Lass mich mal!" Lass mich einfach nicht mehr! Ja, ich bin das schon. Wow, jetzt reicht es aber. Macht euch das Spaß? Die Dusche kommt. Ich habe jetzt auch gerade eine Dusche abbekommen. Die Dusche kommt. Und der Vögel. Die 32er Staffel ist das. Ich wollte da gerade durchgehen. Und der Vögel. Und der Vögel. Ich muss da noch mein Handy immer wieder schützen vor diesem Regenschauer. Okay, ich beende das Video jetzt hier mal. Ich muss das mal mein Handy noch was probieren.